Ich dachte, die lassen keinen mehr rein. Weil hinten alles schon voll ist. Hinten ist alles schon voll. Ah, das ist einer von der AWK wahrscheinlich. Sehr schön, Hotrad. Gut. Und ein sehr schönes Hotrad. Und ein schönes Potjeck. Dann mache ich kurz mein Video. Soll ich mal kurz ein Video? Ja. Das ist selber. Das ist selber. Das ist selber. Hotrad. Hat man früher gerne umgebaut. Nach der, ich glaube nach dem Krieg. Haben wir hier am erstens zurückgekommen. Haben halt dann Autos umgetunt und dann so eine Motorstadt. Die sind voll cool. Hotrad. Find ich voll geil. Und Pontek finde ich auch voll geil. Ja. Deswegen. V8. Yes. Voll cool. Zwei schöne Ami-Autos. Zwei schöne Ami-Autos. Was ist da die Mütze wieder dazu? Noch Ford? Ja. Ja. Meistens machst du so Ford. Ford. T-Modelle. Dann kannst du dann doch das Lacher machen. Tiefer machen. Auch sowas machen. Yes. Das haben wir gefunden. Das laufen wir zurück. Hallo. Hallo. Hallo.